Jo Leute Willkommen zu einer neuen Folge und heute werden eigentlich die Top 5 YouTuber vorgestellt Ich nehme das eindeutig im Sonntag auf und das Video kommt eindeutig am Montag Ich wollte halt nur noch vorab sagen, jeder der da nicht drankommt tut mir leid Leute bemerkt euch halt nochmal unter diesem Video Vielleicht kommt ihr ja dann dran, aber eindeutig ich glaube schon dass irgendwie fast jeder drankommt Weil immer 5 zu vorstellen, ich glaube das ist schon gut, falls ihr euch fragt wieso ich 5. oder 3. bin Es geht nicht um, es geht halt nicht dass du scheiße bist oder so halt, falls wir jetzt ankommen würdest das 5. Halt jeder ist der beste halt da der jetzt kommt, auf jeden Fall werde ich das jetzt so machen Ich spiele das jetzt schnell ab alles wie ich euch so wie ich den Kanal anschaue Äh dass ihr mir auch glaubt, dass ich halt schaue Leute und ähm Leute beobachtet halt einfach dass ihr einen guten Banner habt Ähm gute Audioqualitäten alles, einfach das was ein guter YouTuber hat, dann kommt ihr auch sehr wahrscheinlich eher dran Ok Leute ich würde dann sagen, bis dann Zum Glück Er ist das große Wirkmalen Ich würde dann fragen, bis dann Gebt 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 Musik Musik So Leute Ich hoffe ihr habt es gesehen Leute Wie schon nochmal gesagt es tut mir halt leid Nicht jeder kommt halt dran Aber halt meldet euch beim zweiten an Leute und ihr kommt sehr wahrscheinlich dran Ich probiere echt jeden mitzunehmen Ich glaube meine Freunde können es auch beweisen Dass ich echt immer versuche jeden zu nehmen Und alles halt auf jeden Fall ist der erste Ja Leute Dead Art er macht auch schon lange für mich Halt Intros er hat mir auch schon Jetzt mehr Intros gemacht Leute Er hat ein Banner Geht so halt ist gar nicht so schlecht Leute Und hier so halt Ja das Design ist jetzt allgemein Schon gut Leute Gehen wir jetzt mal hier so Ich nehme einfach jetzt mal das Intro was er für mich Gemacht hat Leute Also ich spiele es jetzt mal ab es ist echt gut geworden Leute Ich spiele es jetzt mal ab Musik 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 Ja Leute er hat es eindeutig verdient hier Äh ja mitzumachen Leute Er hat echt äh er macht extrem gute Videos Und ja Leute wäre halt geil wenn ihr bei ihm vorbeischauen würdet Und ja zum nächsten Leute So Leute wir sind jetzt eindeutig bei dem vierten Auf jeden Fall ist es Mindmax Leute Der Banner ist so heftig Leute Echt jetzt der Also der ist echt heavy geworden Auf jeden Fall hier hat er auch geile Thumbmails Leute Er hat auch eindeutig hier Gar nicht so ne schlechte Qualität Ja ja schauen wir mal jetzt Hey und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Ja wie ihr unschwer am Titel erkennen könnt Spielen wir heute wieder einmal eine Runde Lucky Wars auf Ja wie schon gesagt sein Design ist auch gut Ähm die Qualität könntest du ein bisschen verbessern Auf jeden Fall Aber ja Leute schaut auch bei ihm vorbeischauen Ja So Leute wir sind eindeutig beim dritten Platz Leute Echt jetzt Leute ich muss echt zugeben Ich weiß der Banner ist nicht so gut Das Profil ist auch nicht so gut Aber Leute er hat fucking 200 Videos Ihm fehlt noch ein Video dazu Und ich verstehe nicht wieso er nicht so viel Anmerkung bekommt Leute Ich weiß das Design sieht echt nicht gut aus Muss ich echt zugeben jetzt Leute Aber ja schauen wir jetzt mal ein Video an Video auf meinem Kanal Ich wir werden heute Ähm uns den Advanced Enchanting Table bauen Dazu brauchen wir diesen Ähm hallo Wollte ich ab genau Dann brauchen wir hier noch eine Lohnroute Dann brauchen wir ähm vier Ja Leute ich würde echt einfach sagen Er hat auch verdient Leute Das Ich weiß ähm ja So viel schneidet er jetzt auch nicht Aber Leute Er hat fucking 200 Videos gleich Leute Also Ich weiß nicht wie lange du das jetzt schon machst Auf jeden Fall das ist halt einfach Respekt Alter 200 Videos nicht einfach so drauf geschissen Ja Leute ich würde einfach mal sagen Schaut bei ihm vorbei So Leute beim zweiten Platz Eindeutig Er ist echt gut Leute Also sein Bann ist Heftig Keine Ahnung wer den gemacht hat Aber er ist echt heftig Dega Ja Ja Gehen wir jetzt mal so auf so einen Channel Ja Hat Ich glaub Kann es sein Das Ding war mal ein Respekt Ja ok hier steht sogar So wie es hat Ja Leute Schauen wir jetzt mal rein Richtig gute Qualität Leute Ja wie schon gesagt Alter deine Qualität ist gut Halt einfach Es wäre Besser mit Stimme Gib Also gib ich mir Jetzt einfach mal so Alles klar Gib ich mir Nice Ne würde ich jetzt einfach mal sagen Mit Stimme wäre es einfach echt viel besser Leute Also Ja Zu dir sage ich das jetzt Ja alles klar Dega Nächster Und hier sind wir schon Auch schon Beim ersten Leute Wie ich jetzt direkt mal so Auf den ersten Blick erkenne Ist ja Der Bann und Profilbild Jetzt echt nicht so schlecht halt Aber ich glaube Ist das zufällig irgendwie Nicht deiner Keine Ahnung Weil ich habe Das Profilbild schon mal Von irgendwo Äh Anders gesehen Ach egal Auf jeden Fall Ist es Äh Ähm Ja Wir schauen Ich würde mal sagen Wir schauen das erste Video Also es ist ein Kanal Trailer Dega 4K 30fps Schakuzell Alter Ja genau du Du bist nur auf meinem Kanal Und fragst dich Was es hier zu sehen gibt Das erkläre ich dir jetzt Also Okay alles klar Auf meinem Kanal Gibt es qualitativ hohe Minecraft Let's Plays Am meisten Wirst du hier Minecraft Sky Wars sehen Das ist Kommen wir Nun zu den Sachen Okay Leute Das ist heavy Also echt jetzt 4K rendern Dauert echt lange Aber das Problem ist halt 30fps Ich weiß gar nicht Ob Ich weiß nicht wie man mit 4K Äh Ja wie wird das Kompatibel ist Mit den FPS Zahlen Auf jeden Fall Bist du Erste Wie schon gesagt Leute Es tut mir leid An jedem Der nicht Darangekommen ist Leute Schreibt es einfach nochmal Das ihr kommen werdet Müsst halt ein bisschen Ja Leute Ich hoffe ihr bekommt Glück Ja auf jeden Fall Leute Es tut mir echt leid Die die nicht drankommen sind Schreibt es einfach halt nochmal Leute Dann würd ich sagen Das war es mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst ein Like dann Ein Abo Ich glaube das wird auch Recht viel Arbeit jetzt noch Ja Leute Dann würd ich sagen Ciao Leute Das ist es Friend Ja